wir haben uns noch eine kleine crafting table gemacht damit wir nicht immer zurücklatschen müssen weil er ist diese meinung tattel langsam obwohl ist was hat sie geschafft das mit kabel ist dann bei euch auf jeden fall nicht gut ist ja schon ein bisschen was drin könnten uns natürlich dann eigentlich gleich hier ein geothermo generator machen gleich daneben und dann ein copper kabel hoch in die bude jagen wir sind ja eigentlich fast unter unserem haus wie wir an der karte sehen können aber jetzt gehen wir erstmal nach hause glaube ich das beste dann müssen wir auf jeden fall hier mal einen neuen aufgang bauen oder abgang wie auch immer ab dann können wir einfach einfach ein schlucht in schlucht machen und ein wasserblock setzen auf jeden fall schnell runter nur das hochkommt dass sie immer die schieße jenst die reine scheißheit scheißheit ja auch ganz so bin ich alleine ja hallo schlafen gehen so weiß ich gar nicht was ich eigentlich noch ein salab sagen soll hier weil ich jetzt auch gar nicht weiß was wir jetzt machen wollen zwickmühle ja wieso ist hier eigentlich ein loch im boden das ist auch was ich benutze nein das ist natürlich nicht wollen spruce machen wir da noch was was machen wir denn jetzt ich würde sagen wir machen jetzt mal ein paar kisten noch äh haben wir denn noch irgendwie holz ja aber nicht mehr wirklich viel wir brauchen wir brauchen zwei so drei hier alle wertvollen uran jams auch da ist das mögliche drin das kommt gleich die neue kiste mama uranium und auch ein lapis auch und das dann noch halt so diese anordnung ist natürlich auch total logisch egal machen wir denn jetzt schönes also die waterhills funktionieren auf jeden fall sind natürlich nicht gerade wirklich das beste auf dem markt aber mein wieso wird man gleich da rein noch eigentlich noch mal mit der rede machen oder wir machen erst mal unsere pyramide der größte die sagen die machen die unter jährlich soll es nicht scheiße aus ja doch die machen und ethisch das heißt wir brauchen auch immer erst mal hin damit wir noch mehr von diesem ultra ding ins kabel machen können und ja ich weiß neue aufgaben muss auch ja wenn ich auszeiten hier gut genau was kann ich noch erzählen tublos macht gerade eine aufnahme pause weil ihr ja schon gesehen habt der hat da ja schon einige parts online und auch schon recht viel also es ist recht viel echt viel schafft also respekt und der meinte ja da mache ich erstmal eine aufnahmepause damit die anderen so wie wir jetzt einfach ein bisschen nachkommen können und er nicht einfach davon zieht wie ein widder uns alle abräumen kann also damit wir einfach ein paar parts hinterher schieben können und und das machen wir jetzt auch also ich werde jetzt auch wirklich deck the light öfters aufnehmen ich habe zwar zurzeit echt viel zu tun also auch viele projekte am laufen also ich weiß nicht ich habe das zählen aufgegeben wie viele projekte ich gerade mache ich mache grad skyrim ich mache grad hitman ich mache grad die ganzen multiplayer dinge also day set zombies also ich rendere die alle und lad sie hoch ähm was meine noch ähm hardcore mode ich mache jetzt techit boh ja eigentlich relativ viel aber mei jetzt kommt auch wieder techit dran auf jeden Fall da ist noch was also Eisen haben wir jetzt genug so ja ich habe gesehen dass wir Hunger haben Pharaohs war das unwichtigste aller Zeiten Ferris einfach nur Ferris ähm jetzt mal was reinhauen ja so legge 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 also ich werde vielleicht heute abend noch was aufnehmen hängt davon ab wie ich Zeit finde ach scheiße auf nycalyde ganz ehrlich ich bin so hart so und wie gesagt heute abend wird es dann hoffentlich nicht so leggen jetzt ich bin natürlich mal wieder hier voll überladen und erstmal dicht machen würde ich sagen es reimt sich sogar ein bisschen ich bin total überladen und das ist das Wolfram ja noch so ein unwichtiger Scheiß ganz ehrlich hier hier ist es nochmal auf englisch Tanks genau ich weiß ich glaube das ist Wolfram irgendwie sowas irgendwas was ich echt noch nie gebraucht habe aber wirklich noch nie Ferris wie sagen wir so viel Ferris Ferris tschüss ja ich weiß ähm so ich glaube die ist jetzt auch noch langsam fertig die Tödeli Tödela Tödelum mal gucken hier haben wir es gerade Hilfe 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 ähm die ist auch voll haben wir ja genau hingekommen das heißt wir bauen jetzt erstmal hier ab ganz schön ich hoffe mal dass wir die mögliche schnell bekommen na da siehst du so scheiß auf das Holz und da ist eh nur Dreck 1 2 3 ich mach mal da rein und schicken wir sie wieder zurück ja genau ähm so Tunnel bitte 100 da hinten ist eine Spinne ist wieder egal aber die haben wir ja nicht ne du Spinne da hinten auch hier nochmal ein paar Fuckeln hinten zwischendurch ist echt viel dunkel komm her feiges Nüsschen ach ja leckrum hm so das heißt wir tun das erstmal wir tun das jetzt ja rein ne ja so hm hm komm rotenfleisch was ich mit rotenfleisch ganz ehrlich hm kann das mal einer irgendwie sagen guck mal essen wow wie voll ist denn schon unser wow der ist voll das nenne ich mal nicht schlecht so war nur kurz hinweg ja das kann ich einfach hier hinsetzen schon macht ihr hier nächstes voll so so der arbeiter auf jeden Fall ziemlich fleißig hier das ist gut das ist schön das ist toll ge hier haben wir dann generator den machen wir jetzt generator empty cell das heißt wir brauchen auch erstmal tin ja ich habe jetzt aber keinen bock hier groß in ihrem zu stolpern erstens ich weiß wie die nur aussieht das müssen wir echt mal angucken weil die in dem technik sieht ziemlich vieles relativ ähnlich aus der pack ist natürlich er es nicht erkannt hat fuck speedy kraft die ticket version also das addon pack dafür sehr schön dass es das auch gibt dort dieses wasser jemand okay da ich höre diese scheiße rennen falle an die lava dieses wasser hat mir echt mal wieder ein arsch gerettet junge junge also das wäre nicht schön ausgegangen war relativ viele bier ist mit uns umtragen hilfe und sich wieder ein großes ding wenn man richtig fette fette beute hier unten gefunden da kann man auf jeden fall ein bisschen und austoben ja leck rum und verarsch mich könnt mich doch alle mal so aber das einzige was wir jetzt eigentlich brauchen ist gerade tin das ist quats da oben ich muss mir das jetzt mal genau angucken das muss dann nie ich lasse mal hier die grubine damit nicht 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 nicht